Da war jetzt auch kein großer Fehler oder so drin, also ich bin mal gespannt. Ja, wir sind auch schon bei der nächsten Springerin. Silja Stöhr. Hatte gestern mit 12.825 den drittbesten Wert. Auch den Yatschenko mit Schraube muss so ein bisschen den Sprung nach vorn machen, wenn ein bisschen die Rotation und die Salte gefehlt, vielleicht auch ein bisschen Höhe im zweiten Teil. Von der Ausführung her hat es mir jetzt tatsächlich am besten gefallen, in der Saltolei schön gestreckt, hier gestreckt. Ja, ihr fehlte irgendwo so ein bisschen Salto-Rotation. Genau, die Kim sagt drauf gerade. Ja, 12.533 für den ersten Sprung. Und jetzt wird sie noch ein Yatschenko gestreckt sein, das heißt ohne Schraube. Sehr schöner Sprung, muss ja auch ein bisschen nachkorrigieren bei der anderen Einrichtung. Die andere Richtung. Ein schöner Sprung, ja. Die andere Richtung dieses Mal. Ja, das ist meine Trainerin Arena, Kera Kossian. Ja, auch hier schön, finde ich, schöne Position. Hätte sie da die Rotation von beiden zusammengenommen, dann wäre es... Ein schöner Sprung, ja. Ein schöner Sprung, ja. Ein schöner Sprung, ja. Vielen Dank.